So spannend war es in der spanischen La Liga schon lange nicht mehr. Der Meisterschaftskampf geht bis zum letzten Spieltag, jetzt am Wochenende. Und es geht ausgerechnet um die beiden Stadtrivalen Real Madrid und Atletico Madrid. Aber in unserem Duell heute in der Versus Arena geht es um jemand anderen. Es gibt nämlich noch zwei Stadtrivalen aus zoologischer Sicht. Das Zoo-Aquarium der Madrid und Fauna der Madrid. Mal sehen, wer in diesem Duell die Nase vorn hat. Es gab wohl schon ab dem Jahr 1770 einen ersten Zoo von Madrid, im Casa de Fieres im Retiro Park. Das heutige Zoo-Aquarium ist quasi dessen Nachfolger. Es wurde 1972 auf 20 Hektar im Casa de Campo, einem Naherholungsgebiet nahe des Stadtgebiets, eröffnet und zeigt diverse Tiere als der klassische und traditionelle Zoo Madrid. Dazu gehört natürlich auch das namensgebende Aquarium mit zwei Millionen Litern Wasser, das ich schon im Aquarienvideo angesprochen habe. Hinzu kommt aber auch eine Delfin-Arena, hier aber immerhin unter freiem Himmel und natürlich die Haltung von sowohl großen Pandas als auch Koalas, wie ich in meinem letzten Versus Arena Video angesprochen habe. Koalas findet man auch in einer kleinen Zuchtgruppe, in einer Anlage, die sowohl Außen- als auch Innengehege bietet und die Wappentiere des Zoos, die man eben auch im Logo finden kann, die großen Pandas. Die Außenanlagen sind dabei besser als die Innenanlagen, aber nichtsdestotrotz gelingt hier regelmäßig auch die Aufzucht junger Bambusbären. Man war auch der erste Zoo, der es geschafft hat, eine künstliche Befruchtung bei Pandas durchzuführen und zwar 1982 mit dem Erfolg auch eines Jungtiers, das aber leider als Erwachsenestier 1996 gestorben ist. 2007 kam das neue Panda-Pärchen an aus China und durch künstliche Befruchtung kam 2010 auch Jungtiere zur Welt. Faunia hingegen ist sogar ein Zoo des neuen Jahrtausends. Der Zoo wurde am 10. Juli 2001 gegründet bzw. eröffnet und erstreckt sich über 14 Hektar. Genauso wie das Zoo-Aquarium ist er auch Mitglied der EASA und der VASA und gehört auch zur Gruppe der Parques Reunidos. Er empfängt ca. 500.000 Besucher im Jahr und zeigt 500 Tierarten mit 4.000 Individuen. Er wurde als Parque Biologico de Madrid gegründet, wurde aber 2002 in Faunia umbenannt. Sein Konzept ist die Präsentation der Tiere in naturnahen, modernen Gehegen und die Möglichkeit den Tieren eben sehr nah zu kommen. Wie hier bei einer natur- und tiergerechten Show im Foro Magico oder bei der Seelöwenshow im begehbaren Bosque Africano, einem begehbaren Trockenwald für Lemuren, die einem wirklich über die Köpfe steigen. Und dem in Europa einzigen, mir bekannten und damit einzigartigen Unterwassertunnel mit Manatis, wie man hier sehen kann, vergesellschaftet mit südamerikanischen Fischarten. Dazu habe ich mir wieder fünf Kriterien ausgedacht und wir beginnen mit dem Tierbestand. Beide Einrichtungen bieten 500 Tierarten auf. Das Zoo-Aquarium immerhin 6.000 Individuen und Faunia 4.000. Wenn wir uns aber die Arten einzeln angucken, dann erkennen wir eben, dass das Zoo-Aquarium mit den Pandas, den Koalas, den Kasuaren, den Gorillas, den Orang-Utons und den Großkatzen doch etwas mehr zu bieten hat und deshalb einen Punkt erhält. Bei den Anlagen und deren Innovation fällt auf, dass das Zoo-Aquarium sehr betonlastig ist und es zwar versucht wurde, das Ganze zu kaschieren und schön auszugestalten, nichtsdestotrotz kommen viele Gehege, wie zum Beispiel die Bärenanlagen, etwas unmodern daher. Darum ist das immersive Konzept von Faunia hier für einen Punkt verantwortlich. Es steht also 1 zu 1. Bei Attraktivität und Gelände profitiert das Zoo-Aquarium durch seine Hanglage im Casa di Campo und durch seine parkähnlichen Gartenelemente. Darum geht dieser Punkt wieder an das Zoo-Aquarium. 2 zu 1 Führung. Bei Preis, Leistung und Infrastruktur geht der Punkt eindeutig an Faunia. Wegen des frischeren Konzepts, des frischeren Auftretens, wegen der Tatsache, dass es nicht zu überlaufen ist und einfach von der Infrastruktur bei den Parkplätzen, Toiletten, Gastro auch überzeugen kann. Bei der letzten Kategorie Erholung und Bildung entscheidet sich dieses Duell, das noch 2 zu 2 steht. Und der Punkt geht an Trrrrrr Faunia. Durch die Shows und das Nahe Herankommen an die Tiere und eine geschickte Beschilderung lernt man hier sehr viel. Und da der Park eben nicht zu überlaufen ist, hat man auch mehr von der Gesamtanlage. So geht der Sieg und damit der Stadtmeistertitel von Madrid mit 2 zu 3 ganz knapp an Faunia de Madrid. Herzlichen Glückwunsch und bis zum nächsten Mal. Bis die Tage, ich bin raus hier. Peace out.